So guys, wir werden jetzt hier so ein bisschen den Kindheitstraum wieder aufleben lassen, nämlich im Modellauto rumfahren. Oh, guck mal hier, wie schön ich in der Sonne aussehe. Boah, ich seh nix mehr. Ich bin jetzt unterwegs hier in Kreuztal. Boah, ich bin in Kreuztal beschitten. Man sieht auch, dass ich keinen Bildstabilisator habe. Aber ich werde jetzt gerade hier zwischen den Beinen angepackt. Na lecker. Wir haben hier einen schönen Benzinschleuder. Ich bin in Kreuztal. Ich bin in Kreuztal. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020